Grüne, Eingerufungs-Angriffsphase Befestigungsphase Okay, macht nichts Blaue, Eingerufungsphase Wer nicht will, der hat schon Oh, jetzt aber Ich glaub, der will den Weißen rausnehmen Blaue, K.I. hat eingenommen Ostafrika Ostafrika Jetzt nehmt doch mal den Weißen raus Herrgott noch mal Die wollen mich doch veräppeln Allmählich Dass die den Weißen auch leben lassen Das verstehe ich Absolut nicht Na, ich hab mir schon gedacht, dass ich das verliere Sag sowas Jetzt wird's interessant Da gehen jetzt richtig Truppen bei drauf Befestigungsphase Jo, jetzt übertreibt er Der will mich da oben echt komplett weg haben Eingerufungsphase Der will mich da oben wegdrängen Platzierung ab Angriffsphase Ne, ne Obwohl Ich probier's einfach scheißegal Drei So Ja, bin ich an ihn gleich los Habe ich mir aber auch schon gedacht Also Wo der Gelbe sich da oben schon so aufgebaut hat Der nimmt mir das andere jetzt auch Oh, ja Ja, ja, ja Komm, jetzt nimm Oh, Island lässt er mir Blaue Eingerufungsphase Angriffsphase Oh, jetzt nimmt er mir da Die fetzen sich da komplett gegenseitig weg Meine Herren, ging das ab Brasilien Ich hab erst gedacht Das Gelbe sich da komplett Naja Befestigungsphase Weiße Eingerufung Angriffsphase Befestigungsphase Gelbe Eingerufungsphase Angriffsphase Ja Einmischung gedacht Aber ich konnte immerhin zwei wegnehmen Naja Befestigungsphase Auf jeden Fall muss ich mir gleich den Ural unter den Nagel reißen Befestigungsphase Den Ural hab ich momentan nicht Platzierung Angriffsphase So, schön den Ural 5-3, das passt Wir haben eine Gebietskarte verdient Oh, Westeuropa Festigungsphase Nö Auch wenn der Blaue mir da oben gleich wieder alles wegnimmt Angriffsphase Befestigungsphase Ha, der Gelbe, der ist da gefährlich Angriffsphase Ah, jetzt nimmt der mir da oben gleich alles Ne, doch nicht So was, so was Befestigungsphase Der hätte schon längst aus dem Spiel gekonnt. Ah, jetzt macht er sich da wieder bereit. Der Weiße war vorher aber ganz woanders gewesen. So, jetzt wird es interessant. Wer will sich auf jeden Fall Südamerika zurückholen? Hat eingenommen? Brasilien. Ja, ja, Brasilien. Oh, ob das... Befestigungsphase. Rote Eingerufungsphase. Nein, ich hätte doch... Karten! Ne, irgendwie... Hm, keine Ahnung. Platzierung ab. Angriffsphase. Hätte, sollte, könnte... Unser Angriff war ein Erfolg. So, dann machen wir 4-4 und dann... ...ist das auch schon wieder gut. Wir waren siegreich. Ja, wie wir gemeint haben. Nur das... ...reicht mir. Wir haben eine Gebietskarte verdient. Oh, Island. Befestigungsphase. Hm, nam nam nam. Oh, das... ...reicht mir erstmal. Schnelle KI. Angriffsphase. Ja, Island besitze ich leider nicht mehr. Befestigungsphase. Okay, das da oben hat er, glaube ich, aufgegeben. Angriffsphase. Angriffsphase. Na, wenn sich Afrika schon wiederholen. Blaue KI hat ein... Boah, 60. Ey, es darf nie wahr sein, Alter. Was geht der ab? Aber er traut sich nicht, dem Weißen den Garaus zu machen. Weshalb auch immer. Südafrika. Ah, Madagascar holte sich jetzt auch wieder. Blaue KI hat ein... Aber er verliert... ...auch ein paar Einheiten. Befestigungsphase. Der 14er, der macht mich da oben... ...einberufung. Angriffsphase. Befestigungsphase. Gelbe K... Einberufungsphase. Angriffsphase. Oh, 12 gegen 12. Na, da habe ich mir schon gedacht, dass er das sein lässt. Rote Spiel-Einberufungsphase. Ne, kann nicht handeln. 4, oh, da ist eine 7. Ne, ich möchte... Platzierung. Angriffsphase. Ne. Lass ich mal. Grüne Eingerufungsphase. Passt. Grüne Eingerufungsphase. Hat aber auch nur 23. Okay, da holt sich Island wieder. Grüne KI hat eingenommen... Island. 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 Oh, jetzt macht der sich auch in Afrika breit. Okay. Okay. Befestigungsphase. Schade, ich dachte, ich könnte mir da oben, äh... Angriffsphase. Oh, nein. Okay, er holt sich wieder. Man kann lieber wieder. Er soll mich da oben in Ruhe lassen. 62, da wirst du doch schnäckig im Kopf. Befestigungsphase. Aber mich lässt er da oben relativ in Ruhe. Angriffsphase. Befestigungsphase. Er hat nichts zu befestigen. Gelbe Eingerufungsphase. Angriffsphase. Aber da kriegt er komischerweise auf den Sack. Naja, wenn die sich untereinander streiten. Venezuela. Arriba. Habe ich mir schon gedacht, dass er sich das jetzt auch holt. Gelb und blau. Also weiß und rot sind momentan echt die Gelackmeierten. Ja, 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 ja. Befestigungsphase. Rote Spieler. Einberufungsphase. Könnte mich ja da unten so ein bisschen breiter machen. Wird er sich da aber alles wiederholen. Platzierung. Angriffsphase. Ja, komm. Wir probieren's. Machen wir 2-2 und gut ist. Wir waren siegreich. Wir haben eine Gebietskarte. Befestigungsphase. Grüne. Eingerufungsphase. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, der macht sich bereit, sich jetzt in Südamerika auch bereit zu machen, der Grüne. Also ich reiche meinem weißen Bruder hier die Hand. Also dem Spieler mit der weißen Farbe, das wir hier halt auf den Sack kriegen. Blaue Kerr, Einberufungs-Angriffsphase. Wunderst du, dass der mich da oben in Ruhe lässt. Wie, er hat nur noch 48? Was geht denn jetzt? Befestigungsphase. Stimmt, er hat von dem Gelben auf Klöten gekriegt, deswegen. Angriffsphase. Ja, der Weiße nimmt jetzt auch noch ein paar Truppen weg. Finde ich gut. Ostafrika. Er nimmt nur noch ein Gebiet ein. Oh, jetzt kommen die Gelben, die Chinesen. Jetzt holen die sich Südamerika erstmal wieder. Gelbe KI hat eingenommen Brasilien. Gelbe KI hat eingenommen Brasilien. Ja, Südamerika. I know. Oh, da hat Blau jetzt auf Kekse gekriegt. Aber jetzt geht es dem Blauen so ein bisschen an Kragen. Oh, jetzt geht es dem Blauen so ein bisschen an Kragen. Gelbe KI hat eingenommen Zentralen Afrika. Befestigungsphase. Rote Spiel. Okay, was... War das jetzt da oben? Platzierung. Angriffsphase. Ne, ich nehme mir lieber das da. Dann mache ich 3-3 und dann reicht mir das auch schon wieder. Nein. Mann, ist das kalt draußen. Hä, wieso? Oh, ich habe Stufe 10 erreicht. Ja, läuft. Geh aus dem Bild da unten, ich will das Spiel sehen. So. Grönland. Ah, jetzt holt er sich den Rest auch. Also die Grünen, die gehen auch jetzt richtig steil. Machen sich jetzt in Nordamerika breit. Es ist ein Hin und Her. Ja, aber bei mir geht es hier inzwischen auch relativ gut bergauf. Ah, da eine liegen lassen. Ah, es wird dem Gelben nicht passen, dass es ihm hier in Nordamerika abgeluchst wird. Boah, der macht sich jetzt aber richtig breit da oben. Ja, ja, die Weststaaten. Oh, der will sich nach unten ausbreiten. Oh, ob das so gut ist? Der Gelbe mag es in Südamerika. Der hat dem, oh nein. Der macht sich, ja, ich habe es mir gedacht. Ja, okay, jetzt hat er mir da eins abgeluchst. Oh nein, ich habe da oben alles einer rumliegen. Ah, das könnte gleich... Ja, okay, komm. Oh, die Mongolei! Oh, schnelle K... Oh, der will sich... Der will jetzt einnehmen. Der Weiße kommt wieder zurück. Gott, was für eine Runde doch lange dauern kann. Herrschaftszeit, nee, es ist eine Runde. Mhm, Südafrika. Ja, das wird aber gleich wieder rucki zucki weg sein. Befestigungsphase. Ja, der holt... Der holt sich jetzt, äh... Nordamerika zurück. Na, wenn der Schuss mal nicht nach hinten losgeht. Alter! Befestigungsphase. Rote Spiel-Eingerufungsphase. Äh, nee. Nee. Ich... bleib erst mal so, wie ich bin da oben. Dass ich erst mal meine Truppen so ein bisschen... Kann sich der Grüne da, meinetwegen, breit machen? Ja, 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 ja. Ich weiß, ich brauche ganz dringend, äh... Territorium-Karten. Haha, Grün hat es nicht geschafft. Befestigungsphase. Low-Eingerufungsphase. Oh, der will es wissen. Nee, lässt mich in Ruhe. Er schützt sich da hinten nur. Angriffsphase. Nein, der Weiße holt sich jetzt Afrika. Mehr oder weniger. Hat eingenommen. Zentral-Afrika. Befestigungsphase. Aber das war es dann auch schon wieder. Gelbe kann eingerufen werden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Gelben was machen. Angriffsphase. Ah. Wie gesagt, er will sein Amerika wieder haben. Ja, 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 ja. Ah, will er sich noch weiter vorwagen? Nee, lässt es. Oh. Rote Eingerufungsphase. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Gelben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.